Hey Leute, Willkommen zu einem weiteren Folge von Clash Royale. Heute machen wir wieder ein bisschen Kämpfe in der Challengerung. Was läuft bei mir falsch in letzter Zeit? Ich bin ja richtig verwirrt. Aber egal, wir kommen direkt zum Spiel. Wir setzen erstmal den Gollum ganz nach hinten. Das ist eh jetzt irgendwas... Okay, der setzt auch einen Gollum. Das ist belastend, das ist belastend. Da wird irgendwie was Unfaires spielen, locker auch Jezo. Jezo, Elite Boban. Die Magier. Komm, komm, komm. Ja. Ja, mein Turm geht vielleicht auch noch down. Ne, okay, geht er nicht. Oh fuck, na egal. Zack. Wir brauchen eh nur zwei Hits. Oh mein Gott, war das grad knapp. Oh, 950 Leben hat der eine Turm noch. Da merke ich grad so ganz, 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 ganz im knappen Blickfeld. Ganz knapp noch gemerkt? Na egal, ich sag Millionen mal knapp. Nein. Aber egal, wir rasieren den. Ja. Der Feuerball hat's jetzt auch nicht so gebracht. Jetzt kommt direkt reingespammt in sein Mull. Gut. Das hätten wir. Scheiße, ein bisschen spät. Egal, den zweiten Turm hab ich auch. Vielleicht sogar noch ein Free Crown? Oh ja, ja, das wird ein definitiver Free Crown. Ja. Den haben wir noch richtig zugedrückt. Mit unseren Elite Boban, dem Golem und dem anderen geilen Stuff. So, noch ein Spiel, die ist auf jeden Fall drin. Und wenn ich heute alles hinbekommen habe, dann habt ihr auch ein schönes Thumbnail. Werde ich, werde ich mal hoffen, dass ich das alles hinbekommen werde. Dann lade ich's nämlich über Chrome dann hoch. Einfach übers Internet anstatt über die YouTube App, wo ich's normalerweise mache. Ja. Gott, von beiden Seiten. Oh ja, das sind wichtige Hits von Megalakai. Das sind wichtige Hits. Als Hoppe. Als Hoppe. Der Turm war echt ziemlich easy. Ja, der Miner ist jetzt nicht so wichtig zu verteidigen. Ja. Ein Elite Boba ist am Turm. Und hat ein paar Hits gekriegt. Kriegt er noch einen Hit? Ja. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil, dass er jetzt noch ein Hit bekommen hat. Ich fühl mich aber heute auch ein bisschen scheiße. Also ich fühl mich als wäre ich krank oder so. Keine Ahnung. Ich fühl mich so kränklich. Obwohl der Valkyra zu viel Schaden macht. Erstmal ein Musketier. Jetzt kommt eh ein Fernotor. Ja. Obwohl der macht nichts. Oh ja, oh ja. Das wird... Ah, der macht nichts mehr. Der ist jetzt AFK oder wie? Ja. Dann ist das hier der Free Crown. Schon wieder? Jetzt gerade läuft es echt gut. Komm, wir haben jetzt die ganze Zeit hier gespielt. Dann spielen wir jetzt auch mal einen richtigen Kampf. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch wieder ein Free Crown wird. Wäre zumindest sehr schön. Ja, dann werden wir Golem warten darauf, was er setzt. Der wird locker irgendwas Unfairs setzen. Ah, nicht wirklich unfair, aber trotzdem richtig mullockhaft. Wow, gut gemacht. Ja. Gut gemacht, Ice Golem. Perfekter Ice Golem. Der macht nur Todesschaden, der Ice Golem. Komm, Golem. Äh, Elite Boban wollte ich... Der Doomstone wurde weggerackt. Anders kann man das nicht sagen. Der Tombstone wurde richtig weggerackt. Also zumindest glaube ich, dass es ein Tombstone war. Mann, ich konnte es nicht genau sehen, aber es sah aus wie ein Tombstone. Das ging gerade so schnell. Man konnte es nicht genau sehen. Wow, ich schreibe dir mal kurz ein Wow und ein Danke. Gut gemacht. Hahaha. Gut, ich bin noch Level 10 gegen Level 9. Ist schon ein bisschen vielleicht unfair. Aber irgendwie auch nicht. Wow, Alter, was denkt der eigentlich von dem Ice Golem? Wie gut denkt der ist der Ice Golem? Richtiger. Perfekt. Bester Zap auf der Erde. Hahaha. Ach, Mann, ey. Der hört mich wahrscheinlich schon hier. Der hört mein Audio. Ja. Ey, echt? Gut gemacht. Der hat gesehen, dass ich auf der einen Seite was geplaced hab. Kommen wir auf der anderen Seite. Ah, der Zap war noch. Kommen wir auf der anderen Seite. Gerade so. Haha. Der eine Lack, ey. Ja, das Kampffold hat gerazert. Ist da auf jeden Fall. Und was für ne Kiste? Was für ne Kiste? Was für ne Kiste? Silbertruhe. Hä, war mir eigentlich auch echt klar. Es war mir ziemlich klar. Aber ich würde sagen, Leute, das war's mit der Folge von Clash Royale. Ich hab's endlich geschafft, ein Thumbnail reinzupacken. Props auf jeden Fall an mich. Folgt mir auf Instagram. Gamer7650. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.